Jeder, der in den 90ern mit Videospielen zu tun hatte, weiß, dass Sonic the Hedgehog nicht nur Segas Maskottchen war, sondern auch eine direkte Antwort auf Super Mario's niedere Familienfreundlichkeit. Sega trommelte damals eine ganze Division zusammen, die nur für eines zuständig war – einen Helden erschaffen, der cooler ist als Mario und gleichzeitig die Rechenkraft des Mega-Drives zur Schau stellt. Natürlich wissen wir heute alle, dass das Unternehmen glückte. Sonic the Hedgehog war einfach ein Held mit Attitüde, der superschnell durch bizarre Welten rannte. Immer auf der Suche nach dem fiesen Doktor Robotnik, der alle Tiere in ferngesteuerte Cyborgs verwandeln wollte. Die Spielregeln blieben über die Jahre beinahe unangetastet. Damals wie heute blieb der Flitzeigel sogar bei Feinkontakt am Leben, solange er mindestens einen der überall verteilten goldenen Ränge bei sich trug. Fand er hingegen ein paar Sprennschuhe, so war er kaum noch aufzuhalten. Allerdings war Sonic 1 bei weitem nicht so gelungen, wie es die meisten noch in Erinnerung haben. Ich mein, wenn ich an Sonic denke, dann denke ich an… Und was ich in Teil 1 bekomme ist hauptsächlich… Das erste Sonic the Hedgehog mag auch heute noch ein gutes Spiel sein, aber eben kein herausragendes. Irgendwie hatten die Jungs vom Sonic Team noch nicht die richtige Formel herausgefunden, denn selbst die besten Sprintgelegenheiten endeten in bremsenden Sackgassen. Und Mann, wie ich diese Bumper hasse! Sieben Meilenstiefel waren hier unheimlich selten verteilt und noch seltener zu gebrauchen. Außerdem beherrschte der Blaue Igel noch keine Beschleunigung aus dem Stand, so dass er erst nach einer Menge Anlauf so richtig auf Touren kam. Immerhin, technisch hatte Sega nicht zu viel versprochen. Transparenz beherrschte das Mega Drive zwar nicht, aber mit ein paar Zeilensprungspielereien und der fließenden Einbindung eines zweiten Playfields konnte Sega zumindest so tun als ob. Reiche Animationen, eine kunterbunte Farbpalette und riesige Spielfiguren degradierten die komplette NES-Bibliothek mit einem Schlag zum Asbach-Software. Nun, schon vor Sonic gab es ja einige ziemlich gute Spiele für das Mega Drive, doch dieser Titel verdeutlichte den technischen Vorsprung wie kein anderer. Wenn ihr es nicht selbst miterlebt habt, werdet ihr es kaum nachvollziehen können, aber Sonic schmeckte in der damaligen Nintendo-dominierten Konsolenwelt nach einer glänzenden neuen Zukunft. Nicht, dass ich das damals freudig aufgenommen hätte. Ich war ja damals schließlich ein gestandener Nintendo-Fanboy und spielte Sonic nur bei Freunden. Trotzdem werde ich meine allererste Begegnung mit dem Igel nie vergessen. wirtschaftliche Musik 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun ja, als dann ein Jahr später Sonic 2 erschien, kam ich gar nicht mehr an ihm vorbei. Zum Glück schaffte sich mein Bruder ein Megadrive an, sonst hätte ich dafür auch noch Geld aufbringen müssen. Sonic 2 war das, was Sonic 1 schon hätte sein sollen. Schneller, schöner und cleverer designt. Allein schon wegen des nützlichen Spin-Dashes. Na gut, die meisten Level waren nur verbesserte Abwandlungen ihrer Gegenstücke aus dem ersten Teil. Aber diesmal waren sie technisch noch beeindruckender und endlich so angelegt, dass man bei entsprechendem Geschick immer wieder durchsprinten konnte. Nicht umsonst läuft der Timer bei Sonic vorwärts und nicht rückwärts wie bei Mario. Das spornte schon damals zu Speedruns an. Lediglich das rotierende Bonusspiel aus dem ersten Teil gefiel mir besser als diese komischen Rennröhren. Aber immerhin hatten die dort verdienten Chaos Emeralds endlich einen Sinn. Mit allen sieben am Start verwandelte sich der Igel nämlich in einen unhaltbaren Super Sonic. Tja, und dafür lohnte sich dann auch das Auswendiglernen. Wenn es nach mir geht, ist Sonic 2 trotz des arg gestauchten Zweispielermodus und des ziemlich doofen Sidekicks Tales der Sega-Klassiker schlechthin. Auch Teil 3 stinkt dagegen richtig ab. Der einzige Nachfolger, der jemals an diese Qualität herankam, war Sonic CD. Und auch nur dank des Zeitreise-Features. Sonic 2 ist ein Klassiker, der wohl niemals alt werden wird. Sonic 2 ist ein Klassiker, der wohl niemals alt werden wird.